Handgelenksmobilisation gegen Schmerzen, leichte Schwellungen, Handwurzelknopfen mobilisieren. Patient sieht mit einem Metalllöffel diesen Meridian, das ist ja dreifach erwärmer Meridian, so hoch, mehrmals, richtig feste und unterstützt zu Hause mehrmals, zweimal am Tag. Das gleiche gilt dann von hier aus, hier runter ist der Kreislauf, Meridian bis in die Hand rein, mehrmals ziehen, bis er rot wird, so öffnen, so, das ist die Hausaufgabe für unsere Patienten. Hier sieht man diese Rötung, die Dermografie, genauso wie ja auch außen, unterstützt das Handgelenk ungemein, dass es wieder reguliert wird gegen Schmerzen, gegen Schwellungen, gegen Entzündungen. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, folgt uns.